gib ihm so dann dürfen wir eigentlich direkt mal weitermachen so, Spiel starten alle Sequenzen sind auch nicht gut, man muss auch dabei sagen, das ist jetzt keine PS4 Pro, sondern halt die normale und halt mit Dis... ich habe mir sagen lassen, auf der PS4 Pro läuft das Ganze zwar ein bisschen schneller, aber ich sehe es halt auch nicht ein, mir eine PS4 Pro zu holen Schwestern und Brüder der 5. Flotte, es ist soweit. Ich werde den Abschied kurz machen. War nie gut mit Worten. Sobald ihr an Bord dieses Schiffes geht, gibt es kein zurück. Der nächste feste Boden unter euren Füßen wird der der neuen Welt sein. Sollte jemand die Nerven verloren haben, möge er jetzt Kerb machen. Keiner wird es ihm vorwerfen. Sehr gut! Dann Mast und Schotbruch! Und möge der Saphirstern euren Weg erhellen. Was hat er dir jetzt gemacht, wenn einer gesagt hat, nee, ich habe jetzt doch keinen Bock mehr? Das ist ja so übel sehr Bullshit gewesen. Keine Ahnung. Das ist ja so übel. ich kann mich noch daran erinnern damals hießen die katzen noch felin und hier heißen jetzt palikos ich weiß nicht wo ist denn da der unterschied also das wir haben wir die neue welt bei den hörnern mal interessiert fühlt sich ewig an seit ich von zu hause weg bin um mich der kommission anzuschließen also nervös verstehe ich alles mögliche könnte uns da passieren aber hey bist du nicht einer der top auswahljäger was im ernst wir auch verrat uns dein namen ja gerne so sind männlich habe so jetzt ein beispiel charaktere wir wollen aber ein eigener machen so wir sind ein bisschen sind schon was drunter ne so kann man hier irgendwie haben wir da was anscheinend nicht ne so etwas runderes gibt es nicht ja doch dass das kommt schon hin so das ist dann haut und passt frisur ist er an frisuren kann schon am ehesten hinkommen ja dann die haarfarbe ist aber etwas ja schon so dann haben nein nicht verwerfen danke so augenbrauen ja die passen auch augen die worsen auch okay ich hab halt schon so krass auch nicht aber nicht wirklich ich würde sagen so eine nase ist okay der mund ist auch vollkommen okay dann haben wir einen bart ist er kann man stehen lassen ich werde jetzt nicht hier irgendwie so ein vollen drei tage bart haben soll ist halt das kann schon momentan eher hinkommen wobei ja komm lassen wir den schwindeln die bartfarbe ist eigentlich schwung okay es könnte noch ein ticken ja doch meine er ist schon eher irgendwie so schwärzlich so make up auf keinen fall ausdruck okay das ist wohl nä ja das schlafzimmerblick den habe ich machen wir hier den grimmigen schlafzimmerblick der ist super ähm pff unterwäsche ja das ist schon standardfarbe das ist ne standardfarbe dann nehmen wir doch rot ne wenn wir das schon auswählen können dann nehmen wir das auch so ne ja das passt anfangsrüstung das können wir dann nehmen das sieht so kacke aus keine rüstung ja dann nehmen wir lieber das leder set und ah ich gebe denen einen namen gut dann machen wir das äh der name ist wie gewohnt nero äh so nio mh mhm okay können wir mal gucken was haben wir denn hier für muster uff Lassen wir es mal dabei Du wirst eine recht schwarze Katze So viel steht schon mal fest Die Pfoten werden allerdings weiß Denn ich mach diese Katze gerade nach dem Abbild meines Kater So und Das kann dann schon Das sieht ok aus Kein Muster So ok Fell Was ist Yegus Kortzahne So Er hat aber relativ auch dünnes Fell So Ähm So Die ist so weiß Schwarz Aber meistens ist es was schwarz ist Und der hat halt immer so einen abgefuckten Blick drauf Obwohl der hier der würde auch noch passen So So Er hat aber grüne Jetzt muss jedes Auge Äh Sag nicht ich muss jedes Auge einzeln auswählen Tatsache Ist auch nicht schlecht So So Die Ohren Die kann man so lassen Ähm Ja Schwanz ist auch vollkommen ok So So